Dein Smartphone ist ein ständiger Begleiter. Doch hast du dich schon einmal gefragt, wie die Daten, die dabei entstehen, miteinander vernetzt sind? Zwei von drei Personen besitzen ein Smartphone. 2,5 Milliarden nutzen Social Networks. Dabei entstehen täglich rund 25 Milliarden Daten. Und damit nicht genug, denn die Datenmengen verdoppeln sich alle 15 Monate. Sei dabei und entdecke bei Arthus, wie du dank dieser Daten den Blick in die Zukunft machen kannst. Hier befinden wir uns im Business Technology Innovation Center, das sogenannte B-TIC. Das B-TIC bietet ein innovatives und inspirierendes Umfeld, in dem wir kollektiv mit Kunden kreative Möglichkeiten für ihre Technologie-Roadmap ausschöpfen. Konkret treten wir als Arthus gemeinsam mit unseren Kunden in den Dialog, um zum einen innovative Themen zu identifizieren, mögliche Businessmodelle zu erarbeiten und diese dann am Ende auch in die Tat umzusetzen. Während eurer Praxisphase erhaltet ihr tiefe Einblicke in das Arthus-Portfolio und die Geschäftsbereiche von Arthus. Und diejenigen unter euch, die Herausforderungen suchen, bekommen die Chance, frühzeitig Verantwortung zu übernehmen. Auch du hast die Chance, Business Technologist bei Arthus zu werden. Du hast ein Interesse an IT und Wirtschaft. Du arbeitest gerne im Team. Ein 9-to-5-Job erfüllt nicht ganz deine Ambitionen. Dann haben wir genau das Richtige für dich. Arthus bietet vielfältige Einstiegsmöglichkeiten durch. Ausbildungsintegrierte Studiengänge zum Bachelor of Science in Wirtschaftsinformatik inklusive Fachinformatikerausbildung und praxisintegrierte Studiengänge zum Bachelor of Science in Informatik oder Wirtschaftsinformatik.